Ne, das ist auch eigentlich voll das coole Gebiet. Aber leider weckt das ja nichts zur Geschichte bei von Gorsic. Bis jetzt. Vielleicht ändert sich ja was im Remake. Hoffentlich. Aber bis jetzt leider noch nicht. Ich glaube hier gab es auch einen Schattenläufer, oder? Oder war es irgendwie im zweiten Teil? Gab es das hier überhaupt im zweiten Teil? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Vielen Dank. Okay, Borgkrieger, glaube ich. Ich weiß nicht, ob ich dich schon challengen kann. Einen vielleicht, glaube ich, aber zwei könnte kritisch werden. Ja, war zwar nicht so clean gespielt, aber wir kommen später nochmal wieder. Schade. Die Käste hatten wir, glaube ich, noch gar nicht gelootet. Was ist das denn? Nur edelste Güter. Nee, oder? Oh, shit. Gut. Fallon. Oh, Mann. Nicht schon wieder, oder? Hm. Na gut. Dann läuft es einfach den normalen Weg. Ich kann natürlich auch noch beim neuen Lager, bzw. vom Eingang des neuen Lagers, links den Berg hoch gehen. Dann kann ich mir auch noch ein bisschen die P1 sacken. Aber ich denke das reicht. So mit Level 9 bzw. fast 10 Schatten zu werden, ist eigentlich eh auch relativ unüblich. Normalerweise macht man das ja relativ früh. Wir könnten natürlich hier rechts mal noch bei den Orkunden gucken. Die vielleicht schon zerlegen. Und so könnten wir natürlich auch an eine Armbrust kommen. Ja, ist gut, dass da einer hängen bleibt. Ich wollte auch eigentlich nur 2 haben erstmal. Oh. Oof. Los, Kaul. Ähm. Scheiße. Da kommt einer angerannt. Vielleicht doch. Ja. Ja. Wie ich das Spiel kenne, wird gleich der 3. mitkommen. Ich glaube 2 sind echt machbar, aber 3 könnte eng werden. Wie ist es? Eine Frage. Das ist natürlich jetzt das Problem beim Neuladen. Die gewinnen direkt die Akro. Ach nein. Ich wollte doch die Backstepper machen und nicht abwehren. Einzelne ist das natürlich am besten. Natürlich geil wenn ich die mit einer Combo legen könnte. Ich glaube wenn ein Crit zwischen ist funktioniert das auch. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Doppelter Schlag. Oh. Ah, okay. Ich hab gedacht, jetzt wäre er frei. Aber... Hat er wohl nicht so geschafft. Ein bisschen schräg. Ich will nicht so in Runden kämpfen. Ich will nicht so in Runden kämpfen. Das ist alles nur für ein Bier und ein paar Dietrich. Ich will nicht so in Runden kämpfen. Nee, nee, nee. Ah, warte. Ork Spear? Könnte man, glaube ich, schaffen. Sollten wir. Zumindest einen. Oh, der Gerger. Boah, dann gehen wir auch erstmal jetzt weiter Richtung Sektenlager. Da wartet wir jetzt eine Aufgabe auf uns. Hey, du. Wäre ich? Nein, ich meine deine Großmutter. Natürlich meine ich dich. Wenn ich du wäre, dann würde ich diesen Weg hier nicht weitergehen. Warum nicht? Du scheinst wirklich neu hier zu sein. Mann, hier geht es ins Ork-Gebiet. Die machen Kleinholz aus dir. Oh. Nein, ich verschone dich mal. Ich glaube, wir könnten den auf jeden Fall schon besiegen. So Gardisten, wenn die nicht die schwere Gardisten-Rüstung tragen, sind die eigentlich echt sehr weak. Ich glaube, der Schattenläufer ist es immer noch nicht. Ich glaube, der Schattenläufer ist es immer noch nicht. Ich will das, was ich schön schmerzen. Bis zum nächsten Mal. лайk! Tschüss! Was ist das? Was ist das? Was ist das?